Wir haben nen Dachs in unserm Dach, ey Dachserie, Dachsero, es lebt ein Dachs in unserm Dach, ey Dachsero. Ludwig Sonnbach, auf! Du gehst vor Haus, ich bleib hinter dir. Zwei Freunde und ihr Dachs. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Knutzen, willkommen in unserem Tunnel. Guten Abend, die Dame, Ludwig Sonn, der Name. Amanda. Nein, nein, Ludwig Sonn. Mein Vater! Er wurde von einem Verrückten gekidnappt. Niemand kann mich aufhalten. Du klingst ja wie eine Jungfer in Nöten. Wir können dir helfen. Mach dich bereit für ein unglaubliches Abenteuer. Schnell! Das sieht nicht gut aus! Ich hab dich so vermisst. Ich glaube, wir kommen nicht zurück. Um die Welt zu retten. Hey, was ist das? Nee, nö, nö, honig das auch noch. Was zum Teufel ist das? Ich liebe dich, mein Honigtischlein. Ach, du charmanter Knochen. Oder auch nicht. Ihr beide stürzt alles ins Chaos. Amanda! Definiere Chaos. Ist das besonderes Pech oder ist das ein ganz normaler Tag für euch? Nein, heute läuft es ein bisschen schlechter als sonst. Romantischer Ausblick, oder?